Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder, euer Jesse und wie wärs denn mal mit dem Dämonenjäger, der ideale Starter-Bild für die Season 25. Im Hintergrund zeigen wir euch gleich mal ein bisschen ein Riftchen mit dem geänderten Schatten-Set. Also das ist der klassische Ninja-Bild, der wurde ja mit Season 25, gab es da einen kleinen Buff auf das Set im 6er-Bonus. Also jetzt haben wir nicht nur mehr diesen harten Impact-Schaden auf das erste Ziel mit 75.000% mehr, sondern es gibt auch noch sogenannten Split-Damage, das heißt also nicht nur der Erste kriegt Schaden, sondern auch die Nachfolgenden oder beziehungsweise die seitlich Getroffenen. Und deswegen idealerweise gleich hier mit Blitz gespielt bei Aufspießen, dann haben wir nämlich noch zwei zusätzliche Treffer und ihr seht schon, wie das Ganze sich schadentechnisch im Hintergrund auswirkt. Zähigkeit ist natürlich immer noch so ein bisschen eine Geschichte, aber wir werden dann später noch kurz über die Talente und über die Items gehen und da habe ich die ein oder anderen Tipps für euch bereit, wie ihr ihn entweder ein bisschen härter macht, also dass er wesentlich mehr Schläge einsteckt, falls ihr vielleicht Hardcore spielen möchtet oder was ihr denn im Software noch ändern könnt, damit das Ganze hier ein bisschen mehr Damage macht oder um gegebenenfalls auch Ressourcenprobleme vorzubeugen. Prinzipiell von der Spielweise her, ihr seht schon, wir machen immer wieder eine Rolle, wenn Gegner auf uns treffen, dann fliegen unsere kleinen Dolche rein und dann rollen wir wieder direkt weiter. Es war bis jetzt immer so, dass es sich eigentlich nur gelohnt hat, von Eliteback zu Eliteback zu rollen, basierend einfach darauf, dass der Damage Impact enorm hoch ist. Jetzt mit dem Sideschaden, der durch nichts geändertes Set dazu kommt, lohnt es sich auch größere Mobgruppen zu machen beziehungsweise eben zu schauen, dass man zu den Elitebacks ruhig noch ein paar Mobs dazu zieht, damit die dann einfach im Splitschaden down gehen. Das Ganze im Hintergrund ist natürlich wie immer ohne Paragon gespielt und ohne Edelsteine. Das Season-Thema, die Soul Shards, die haben wir natürlich bei den Starter Builds auch weggelassen. Ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass ihr in den ersten zwei, drei Stunden von der Season oder sagen wir mal in den ersten fünf, zehn Stunden in der Season gleich alle Soul Shards zur Verfügung habt. Deswegen sind die Starter Builds ohne. Die späteren werden natürlich die dementsprechenden Biss Shards dabei haben. Aber so jetzt vom Starten her, ihr seht schon, da könnt ihr alles machen, ist überhaupt kein Thema. Das Set bekommt ihr aus der Season-Reise, deswegen nennt sich das Ganze ja auch ganz klar Starter Set, weil es kommt aus Herr Edrics Geschenk und beim Demon Hunter lohnt es sich auf jeden Fall, dieses mitzunehmen und das Ganze nicht zu skippen. Bedeutet also, wenn ihr 70 seid, dann beginnt ihr oder macht ihr zumindest die ersten vier Etappen, weil ihr bekommt nämlich von Etappe 2, von dem Abschluss von Etappe 2, dann gibt es zwei Teile vom Starter Set. Für den Abschluss von Etappe 3 gibt es zwei Teile und für den Abschluss von Etappe 4 gibt es nochmal zwei Teile. Und dann ist das Ganze fertig. Der 20er Rift geht beim Demon Hunter natürlich auch schon mit dem Vierer Boni, weil da schon Damage direkt dabei ist. Also Demon Hunter ist wirklich zum Starten eine relativ einfache Klasse. Im Gruppenplay und so weiter wird es sich dann weisen. Wahrscheinlich wird er wieder eine Supporterrolle einnehmen bei diversen Speed Rifts, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Also zum Starten selbst, ihr seht, jetzt kommt noch der Guardian, da hauen wir noch zweimal drauf und dann hat sich die Sache mehr oder weniger direkt erledigt und somit ist der Rift auch instant abgeschlossen. Wenn wir jetzt dann mal rüber switchen auf diverse Talente. Ja Freunde, bei den Talenten, da müssen wir natürlich ein bisschen genauer hinschauen. Wir machen zuerst die Skills und dann die Items. Ihr seht im Hintergrund im Video ist das auf Englisch, weil der Testserver wird nicht mehr übersetzt. Das ist aber kein Problem, ihr findet unterhalb ja alles nochmal auf Deutsch verlinkt. In unserem schriftlichen Guide beginnen wir hier oben. Rache mit Kroll, Aufspießen mit Querschläger, Salto mit Flickflack, den Wolfsgefährten oder sagen wir mal so Wolfsgefährte bei Gefährte, um das hier noch zu aktivieren. Schattenkraft, Schattenkraft hatten wir hier ohne die Rhone, weil es werden sowieso alle Rhone über das Set, über den Set Boni aktiv. Und dann haben wir noch Dolchfächer mit Klingenrüstung. Das ist aber mehr so ein Zähigkeitsbringer, um das Ganze hier ein bisschen abzurunden. Als passive Fähigkeiten, da könnt ihr natürlich gerne auch etwas tauschen. Bewusstsein würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Das ist nämlich das sogenannte NAB-Talent. Auslese, bedäubende Falle und Hinterhalt sind dann die restlichen Werte, um das Ganze wunderbar abzurunden. Was hier noch für uns dann vielleicht ganz wichtig ist, wenn es Richtung Kanaiswürfel geht. Wir haben natürlich die Morgendämmerung drin, um den CDR von Rache runterzusetzen. Wir haben ein dunkles Herz, also beziehungsweise das Item, was dunkles Herz aktiviert. Ihr könntet da natürlich auch genauso gut einen Aquil-Kurass nehmen. Und natürlich noch den Zähigkeitsring. Also die Sachen sind ein bisschen variabel, je nachdem, ob ihr Ressourcenprobleme habt. Dann nehmt ihr nämlich bei Rache Groll mit und macht es so. Oder wenn ihr ein Zähigkeitsproblem habt, dann könnt ihr das andersrum gestalten. Und dann ein volles Sechser-Setboni ist eh eine klare Geschichte. Die Offhand, beziehungsweise der Köcher, ist ein bisschen schwierig zu finden, den mit guten Werten zu kriegen. Das kann ein bisschen dauern, aber das versucht euer Glück bei Kadala. Die primäre Waffe eben mit dem Aufspießen drauf, damit wir keine Ressourcenprobleme haben. Das wäre vielleicht noch eine ganz wichtige Erwähnung. Also Karla ist spitze, das braucht ihr auf jeden Fall. Also den Z-Bonus, die Waffe und die Offense sind essentiell in dieser Skillung, weil sonst lässt sich das ganze Ding nicht rund spielen. Dann haben wir eben noch den Gürtel, der uns das Rollen und so weiter ermöglicht. Nemesis könnte man uns theoretisch schenken, weil das wäre auch möglich, die auf die Begleiter zu geben. Und Schwur des Abenteurers als Halsketten-Ring-Kombination, um hier noch ein bisschen Zähigkeit dazuzukriegen und Zusammenkunft der Elemente, um das Ganze abzurunden. Auch hier wieder gilt, wenn ihr Zähigkeitsprobleme habt, dann könnt ihr Zusammenkunft der Elemente zuerst rauslassen und dann später praktisch austauschen, beziehungsweise mit einer Einheit zu spielen im Solo, weil dann teilt sich das Ganze ja mit eurem Begleiter auf. So, meine Damen und Herren, kurz, knapp, knackig, das war es jetzt mit dem Startup-Bild. Ihr seht oben dann noch weitere Skillungen verlinkt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.